hallo und herzlich willkommen zu mr loop zockt pro cycling manager 20 23 da ist die zeit von primos roglic abgelaufen das stelle ich mal als provokante ausgangsfrage wir schauen uns mal an was der slowene bislang in dieser saison schon geleistet hat weltrangliste platz zwei es ist auch meckern auf hohem niveau aber unser großverdiener hier unser teamkapitän soll natürlich auch was leisten tour down under war stark zwei siege gesamtsieg da haben wir ja eh den boden mit der konkurrenz aufgewischt wollte valenciana auch immerhin eine etappe gewonnen aber dann tireno msr und baskenlandrundfahrt seinen ansprüchen muss man sagen hinterhergefahren in der gesamtwertung enttäuschend und keine etappe gewonnen bei tireno noch nah dran bei der baskenlandrundfahrt nachher nicht so weswegen spreche ich das an weil wir kommen jetzt heute zu den adennen klassikern und jetzt natürlich eigentlich genau die domäne von primos roglic aber vielleicht kommt es hier auch zum generationenwechsel bei bora hansgrohe nicht nur startet selbstverständlich tadipogacca der uns das leben bei der baskenlandrundfahrt sehr schwer gemacht hat aber vom pitcock wird ja immer wieder mit oder red bull in verbindung gebracht er ist hier natürlich einer der top favoriten und roglic ist es eben nicht mal gucken ob er als da unser als da da noch mal ein wörtchen mitzureden hat wir möchten natürlich bei allen drei klassikern heute um den sieg mitfahren da mache ich kein hehl draus 3 zu gewinnen weiß ich nicht ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht so aber zumindest ein würde ich gerne gewinnen ja natürlich machen wir auch weiterhin unseren ruf alle ehre was ist denn der ruf keine ahnung wo er hat flügel verleitet bekommen durch red bull deswegen sind wir immer so offensiv am fahren das machen wir auch heute wieder ob das vielleicht ein bisschen zu ambitioniert ist aber am still sonst und verlauf her relativ leben muss ich sagen vielleicht können wir das heute mal ein bisschen abspice ein alter blase auf hier auch am start lol pogacca okay ich erinnere mich dran wir hatten glaube ich mal bei e3 hatte ich mal eine riesige ausreißer gruppe mit van der poel ich fand es geil auch wenn der top favorit mit dabei war wir sind da einfach weiter gefahren natürlich ist das jetzt an sich nicht so schlau pogacca im boot zu haben ja also die anderen teams doch was machen weiter werden kann man mit schachmann auch vielleicht auch erster aber wir sind jetzt erst mal weg weg in anführungszeichen und für ein bisschen aber schachmann kann sich zurücklehnen alter wenn das hier zusammen läuft ja gut ob der auch mal noch dazu kommt oder nicht der wird so nicht mehr packen 20 mann da mal richtig gepennt also das könnte es gewesen sein wer ist denn sonst zu vorne dabei oder wer hat keinen dabei quickstep fährt ja krone wegen bull sprinter können wir hier eigentlich ignorieren jonas rutsch also jetzt ganz ehrlich nicht so die krassesten namen außer morgado und pogacca für uae blazer für lidl und dann schachmann also ineos und wismar richtig gepennt können das natürlich noch zu fahren aber wir sind schon mal zwei minuten weg 180 km haben wir noch auf dem tacho und ich beobachte hier mal so die größten namen also uae hält sich auch voll zurück die halten sich komplett zurück wenn hier leute alleine in der gruppe sind okay kann ich das verstehen aber uae denkt sich auch auch wieder eingeholt werden ist auch egal also nicht mal antonio morgado fährt hier mit durch die führung pogacca sowieso nicht aber also hier machen wir also ein bisschen die kleineren teams oder beziehungsweise die fahrer die jetzt nicht so großen namen haben die führungsarbeit also der vorsprung der bleibt sehr sehr konstant so ungefähr bei zweieinhalb minuten die ganze zeit mal zehn sekunden in die eine mal zehn sekunden in die andere richtung aber viel tut sich da wirklich nicht blicken mal auf das profil amstel typisch so wie man das kennt ganz am ende den kauberg ich würde sagen es kann auch in beide richtungen gehen ich rechne eigentlich damit das bevor wir eingeholt werden wenn es wirklich im hauptfeld zugelegt wird dass auch irgendwann pogacca oder vlasov noch mal attackieren würde ich halt mit scharri auch machen also wir können auch noch ein bisschen zulegen wir machen schon führungsarbeit so ist ja nicht das kann man schon auch noch mal wieder schließen hier also was ist eigentlich mit wismar lisebike fahren die nicht mit ja doch müssen sie ja ist klar war er eine rhetorische frage aber sieht man halt gar nicht wo sind die denn wir sind ja sowas von weit hinten die ausreißer gruppe gibt jetzt richtig gas man hat den vorsprung auf fast vier minuten aufgebaut und dahinter gab es jetzt im hauptfeld einen kleinen split so bei einem der hügel aber ich denke das läuft jetzt gleich wieder zusammen es sieht alles danach aus als ob pogacca hier easy zum sieg gefördert wird so wie es auch häufig beim dio 2024 in echt der fall war wenn man ein bisschen böse ist ja der attackiert irgendwann nachher und lässt alles stehen noch knapp 40 kilometer wir sind immer noch mit der ausreißer gruppe unterwegs ein zwei leutchen sind da jetzt mal zurückgefallen und sind wir a4 ok ab hier ist einfach das peloton fragt mich nicht warum keine ahnung das lag einfach nur am game ob pogacca hat attackiert natürlich genau jetzt haben wir es verpasst verdammte axt pogacca hat attackiert 38 kilometer vorm ziel oder so eben gerade das ding ist durch also es wird einer von den ausreißern das hauptfeld hat gepennt ist dann nun mal quasi der pogi wurde eingeholt opfer unserer taktik aber wir haben natürlich immer noch gute karten mit schachmann hier auf dem top ergebnis so wie schaut das ganze aus inwieweit können wir den laden hier noch mal auseinander nehmen also ich denke nur schachmann hat wirklich die chance dazu ganz vorne zu landen aber vielleicht versuchen wir jetzt einfach mal mit dom novak hier zu attackieren und max schachmann er wartet einfach mal wir warten einfach mal ab folgen wir las auf mehr wir folgen erst mal nicht flasor und novak an alle gemeinsame sache mit dem machen und dahinter gucken wir mal so kleine abstand wo ist es hier aber auch sehr steil das liegt nicht nur in meiner kamera einstellung wir wollen jetzt die gruppe mal ein bisschen auseinander was mit pogacca lol wo ist platt was ist das denn okay also ich hätte ja mit allen gerechnet aber nicht damit den ganzen tag nichts gemacht er hat wirklich den ganzen tag nur auf dem gepäckträger gelegen und einmal kurz angegriffen das war alles das ist unsere chance das ist ja sowas von unsere chance wie sieht es aus nächster kauberg alles oder nichts wir knallen in den kauberg rein und dann attackiert schachy das machen wir also erstmal hier eine abfahrt und dann geht's berg hoch und wir eben jetzt mit ihm gas komm wie sieht's aus scheiß brücke wlazer roland und schachmann novak kann man in dieser gruppe bleiben arndes platt der anstieg ist aber auch scheißen kurz ne macht ihr bitte hier mit damit könnte ich leben man soll der beste gewinn ja lasauf und schachmann roland okay absolute außenseiter kann ich auch verstehen wenn der sich da einfach nur dran hängt mit novak folgen wir jetzt hamilton ganz ehrlich was im hauptfeld passiert ist völlig egal ob wir mit rogloch jetzt nachher noch 20 oder 25 werden die können einfach ganz gechillt ins ziel fahren nur noch einmal den kauberg ne ich glaube bis dahin tut sich nix aber scheiße hier sind noch zwei wieder aufgeschlossen Junge da werden aber auch die franzosen einer von denen fährt aufs podium den tag ihres lebens haben krass was ist wenn wir jetzt nicht mehr führen übernimmt jemand kommen bitte so ein bisschen wir können uns das nicht erlauben ja wobei wenn novak zurückkommt könnte der noch mal die führung übernehmen aber ich muss lasauf so ein bisschen zum arbeiten hier kriegen oh übrigens es wird nicht mehr um den sieg gehen glaube ich echt nicht aber das hauptfeld holt gleich die gruppe um novak ein also sollten wir vielleicht noch mal so ein kleines auge drauf haben auf auglitz ja also in der führungsgruppe vorne sind es jetzt nur lasauf und schachmann die die arbeit machen kann ich aber auch verstehen also kann ich verstehen hier fällt zurück so fahrt ist er hier auch schon am wanken ein bisschen der lag den ganzen tag nur hinten drauf das könnte eine gute chance sein für schachmann okay holand fährt jetzt auch sogar mit durch wir haben jetzt so leicht ansteigen dann diese krasse abfahrt und dann geht es den kauberg nochmal hoch aber vielleicht schon mal vorher attackieren jetzt wenn es so ein bisschen hoch geht und dann in die abfahrt rein oder ist es zu risky der kauberg selber ist ja auch noch nicht das ziel wir lassen das glaube ich mal so soll heißen ach scheiße das ist schon ein sprint jetzt können gar nicht mehr angreifen wir fahren mal mit einer 95 so wie sieht es aus die nur noch roland und den verlieren wir auch am hinterrad dann die leiter schachmann gewinnt amstel wir checken kurz einmal die lage ich habe mich mit roland einfach bei juso hinten dran gehängt ja komm scheiß drauf das reicht jawoll ach man gewinnt das amstel gold race jetzt man scheiß auf roglich den braucht doch keiner und jetzt einfach nur das geht nur um platz 4 krass wurden alle wieder eingeholt rogelt vierter ayuso da wo landet adria ja hätte ein bisschen besser sein können für ihn persönlich jetzt hier aber egal 13 tag jessmann schachmann hat das amstel gold race gewonnen schachmann ist zurück nice und es ist noch nicht mal pierre oder sage ich jetzt einfach es war rieu keine ahnung sorry gebotschat der wird einfach zweiter ich fasse es nicht und pogacá wo ist der denn ja natürlich hat uns hier die rennsituation sehr in die karten gespielt aber wir haben es ja auch selber herbeigeführt durch drei die da vorne in die gruppe reingegangen sind und letztendlich roglich hat sogar den sprint aus der favoriten gruppe dann quasi auch noch gewonnen also alles richtig gemacht hier beim armstel gold race so kann es gerne weitergehen nice weiter geht's mit la flash ballon größtenteils das gleiche team hast allem vom höhepunkt inzwischen habe ich auch marco halla auf peak form am start aber ja leider nicht zu paris rubel sondern zu den adenen klassikern dann nehmen wir den jetzt sogar mal bei flash mit auch hier inzwischen ist roglich von seinen werten so schlecht in anführungszeichen geworden das pcm sagt er zählt hier nichts zu den favoriten naja aber wir haben ja auch amstel gold race sieger max schachmann wieder am start ja und wenn marco halla hier dabei ist dann können wir den doch gleich bei einer ausreißer gruppe schicken ich werde auch hier wieder versuchen dass wir nicht nur am ende einfachen bergauf springt haben was ja häufig bei flash der fall ist mit der mauer von hui sondern dass wir das ganze schon mal irgendwie vorher ein bisschen selektieren sergio egita auch nach langer verletzungspause mal wieder am start hier ist er auch sehr in seinem element mal gucken was der heute reißen kann also wir haben viele optionen natürlich will ich auch nachdem kachi eben schon gewonnen hat jetzt nicht nur alles wieder auf roglich versteifen sondern man kann von mir aus auch gerne das anderen triple gewinnen da habe ich jetzt nichts dagegen inzwischen hat sich die fünfköpfige ausreißer gruppe hier gebildet mit vandenberg nasen von roll und halla das sind alles nicht die richtigen fahrer um dieses rennen hier zu gewinnen wir sind zwar dabei ist okay aber der sie kommt hier nicht aus der ausreißer gruppe heute die beiden größten favoriten heute auf den sieg sind natürlich van der poel von alpe 10 und pogi von uae deswegen waren auch hauptsächlich diese beiden teams hier den ausreißern hinterher wir fahren ja dreimal über die mauer von hui aktuell ist der vorsprung noch sehr groß was ich hier noch weiter im letzten jahr in der letzten rennhälfte so ereignet um 40 kilometer vorm ziel geht es jetzt im hauptfeld hier richtig zur sache kommen bitte lasse ich nicht von puji oder verdrängen wird da direkt hinterher gefahren naja es geht also was habe ich hier verrücktes vor da vorne seht ihr es haben sich so ein paar abgesetzt und da sind auch große namen dabei anjuso und anderpol deswegen versuchen wir hier mal auf den zug auf zu springen weil die ausreißer sind immer noch drei minuten vorne das hopfeld macht wieder gar nicht so die richtig krasse arbeit das war jetzt eben zum ende an dem code der erephäe dass er jetzt mal ein paar attacken kommen ja sehr sehr lang gezogen läuft das hier noch mal zusammen das wäre eine riesige gruppe die gilt jetzt als piloten diese 18 leute wo wir jita schachmann und adria dabei haben ebene pol van der pol tallet anjuso chikone und dahinter das muss jetzt erst mal machen kann die gar keinen dabei gehabt ja da war es nicht jetzt auch nicht so schlecht aber sicherlich nicht ihre erste option aber die gruppe ist so groß als dass sie jetzt gut funktionieren kann glaube ich nicht da wird sich ständig attackiert immer noch 1 40 nach vorne marco halla einer der stärksten hier so wir haben jetzt die nächste überfahrt zur mo von hui und da geht natürlich richtig was er kommen ziehen wir einfach mal mit halla richtig ein vorher nicht zu viel aber um die anderen so ein bisschen mal in die knie zu zwingen und schauen was danach passiert hier lang gezogen da sehen wir das ganze schon aber ja hier hat sich jetzt eine kleine lücke aufgetan ok ok kommt lass dich mal von novak ein bisschen nach vorne eskortieren vielleicht Pogacar ist hier auch noch mit dabei pitcock ja wir bleiben mal relativ relativ zurückhaltend mit troglitz müssen hier noch nicht am rad drehen das heißt ich gehe mal auf position einnehmen auf 90 hier sind wir weiter dabei mit schachy mit egita adria beschützt und marco halla ja fährt vorne schon die ganze zeit tempo er kann jetzt erst mal wieder rausnehmen weil das führt sowieso zu nix wie sieht das jetzt aus in dieser gruppe um schachmann und co da ist leider das tempo gerade so ein bisschen raus jetzt gerade in dem moment wird es wieder aufgenommen halla wartet ein paar meterchen dann kann er nämlich hier auch die führungsarbeit übernehmen gar nicht so verkehrt vorne haben wir noch olli naßen aber der ist jetzt auch nicht so die konkurrenz wir haben vier leute dabei adria ist zwar nicht mehr so mega fresh was haben wir jetzt noch code rfv und die mauer von hui wir spielen mal die team karte aus und fahren nachher für schachmann aber auch die roglitz gruppe ist nicht so weit entfernt jetzt kommen sie zurück und jetzt muss da jetzt natürlich mit novak junge novak was fährst du hinter dem du sollst ihn beschützen du sollst davor fahren du idiot sondern stellen wir jetzt vielleicht doch mal auf eine andere strategie um und zwar in einem zug zu fahren damit ich alle hier an ihre richtige position halten 15 kilometer sind jetzt wieder sehr viele zusammen das gefällt mir eigentlich nicht so wollen immer noch nasen er wird gleich kassiert ja aber dann wie man das so kennt die gruppe wird zwar natürlich noch ein bisschen kleiner ist jetzt kein 70 80 mann sprint aber es geht alles um die mauer von hui am ende gleich dann noch mal ein sturz von vandal er hat hier noch mal ein bisschen ja der fährt weiter aber noch mal ein bisschen alles durcheinander gebracht währenddessen hat sich vorne von der pool abgesetzt ja das ist natürlich sehr blöd gewesen von glitz und novak wurde ein bisschen aufgehalten durch den sturz von vandal matthieu so 20 15 sekunden weg ja es wird auch von glitz hinauslaufen ich glaube das müssen wir tatsächlich so machen aber immerhin ist matthieu van der pool jetzt schon mal eingeholt worden 28 mann in dieser gruppe wir haben noch eine gute ausgangslage soll wir müssen uns natürlich vorne in den anstieg reinbringen belegen das noch mal zahlentechnisch eineinhalb kilometer maximal 18,4 prozent das ist die mauer von hui und bitte meine herren abfahrt schachmann roglitsch igita wir ziehen den sprint an mit schachmann roglitsch versucht einen drüber zu geben das muss eigentlich reichen ich glaube nicht dass da im hinterrad noch jemand kommen kann pro gotcha kommt noch mal auf aber es reicht nicht hier ist roglitsch gewinnt das ding und schachmann schachmann schafft leider nicht mehr platz drei sondern platz vier auch schon starkes ding aber dem hätte ich das podium noch gegönnt yes man am still gewonnen flash gewonnen auf geht's down one more to go limon champus auf der drei aller flieb auf der fünf bohrer hier natürlich absolut top direkt der nächste sieg und ich würde sagen bislang in dieser saison auch der größte sieg für primos roglitsch also nichts gegen die tour da und ander aber ja doch für mich der größte sieg bislang für ihn in diesem jahr bei lüttich bastonia lüttich gehen wir genau mit dem gleichen line up an den start und ich sehe keinen grund weshalb wir da nicht ebenfalls erfolgreich sein könnten ach mist warum müssen eigentlich die leute die sich für eine ausreißer gruppe anbieten aus unserem team eigentlich immer so weit hinten starten wilksch kavanja tusfeld und co haben wir vorne sechs mann gruppe ich wäre gerne auch reingegangen aber wir sind mit denen interessanten leuten gita novak adria vielleicht insbesondere wenn man hier mal drauf schaut leider zu weit hinten gestartet dann lassen wir die konkurrenz mal das feld kontrollieren und im im letzten drittel würde ich sagen dann nehmen wir mal richtig fahrt auf und attackieren noch 100 kilometer und marco haller packt jetzt auch mal so langsam mit an in vorbereitung auf das was sie gleich vorhaben denn der abstand zu der ausreißer gruppe das war mir zu groß das war mir alles nicht schnell genug was die anderen teams hier machen inzwischen unter dreieinhalb minuten wir wollen nämlich hier das rennen gleich animieren jetzt geht es nur noch die ganze zeit hoch und runter die ausreißer gruppe ist jetzt an so einem eklig steilen stück wollen wir jetzt mit ordner adria mal ein bisschen drüber knallen mal gucken ob es hinten reist denn das hauptfeld ist immer noch komplett zusammen 77 kilometer vorm ziel das werden wir jetzt versuchen zu ändern wo sind unsere jungs ja roglic die gita schachmann alle ganz gut in position ach du scheiße aber wir haben zu viel gemacht es ist nach zu wenigen leuten gerissen soll heißen wir sind zu sechs vorne mit adria und ogie unter anderem und laser remko heiße das sah eben gar nicht so verkehrt aus jetzt müssen wir hier aber mal mit novak und so weiter noch ein bisschen wieder hinterher fahren das werden wir aber gleich schon geschlossen kriegen kleiner schönheitsfehler na toll aber jetzt hängen die poster vorne einfach mal den adria ab also der sich zurückfallen lassen dahinter kommt dann das feld mit unseren leuten ja das lief jetzt nicht so gut wir müssen reparieren aber ich hoffe andere teams spielen damit das heißt wir machen uns noch mal einen kleinen überblick jetzt knapp 50 kilometer haben wir noch vorne wird die ausreißer gruppe hier ein bisschen auseinander genommen wir haben noch einen abstand von 130 circa auf dann eigentlich krass jetzt auch nicht mehr dabei bretto rechne ich mal schon raus dieses trio laser ugi remko und dann war aber schon ein bisschen abstand aufs feld hier sind jetzt wieder so ziemlich alles zusammen aber ein paar von unseren helfern haben schon gelitten kotelaredut kommt in siebeneinhalb kilometern da müssen wir noch mal richtig was machen das favoriten trio nenne ich jetzt mal die sind gleich drin und adria und novak führen uns da jetzt herein wir müssen jetzt gas geben 37 kilometer noch wir müssen jetzt voll gas geben die leute müssen jetzt hier geopfert werden das hilft alles nix weiter geht's mit egita shahi und roglic und ich hoffe wir bilden dann eine kleine verfolger gruppe ja das knallt hier schon ordentlich sehr schön aber es reicht leider noch nicht mal annähernd um da vorne wieder ranzukommen die haben immer noch 1 13 abstand rupama ist halt numerisch gut dabei jürgen sin lascano die waren auch mit durch das ist gut ja der abstand wird kleiner weil die sind schon eine weile unterwegs wenn die sich jetzt hier ein bisschen angucken zack pugi greift an ja unendlich kraft werden die auch nicht mehr haben aber da kann ich mich halt nicht drauf verlassen also wir müssen weiter gas geben es wäre sehr ärgerlich wenn der auf die art und weise gewinnt weil ich das quasi selber herauf beschworen habe mit adria aber vielleicht war das auch alles taktik damit die sich da vorne verausgaben und es geht jetzt rein in den nächsten anstieg jürgensen und madua haben da echt richtig ordentlich druck auf der pedale gehabt und den abstand deutlich kleiner werden lassen jetzt müssen wir uns mal von sergio egita hier verabschieden lasov wird als erster eingeholt das läuft hier schon gleich noch zusammen kein stress die geben jetzt hier auch richtig stoff ja das loch ist gleich geschlossen schafft gut du das und gerade in dem moment wo es zusammen läuft attackiert jürgensen drüber nicht schlecht von dem muss man mal sagen aber gut gemacht wir müssen wir eben moment luft holen ist jetzt unser mann wer ist hier noch dabei von wilder gut karapaz und trago pogacá evenepoel und lasov und das war es dann egita dahinter er kann ja eigentlich noch für ein eigenes ergebnis fahren um seine position danach zu halten aber das war es also nur noch zehn leute eindeutig die hier um den sieg kämpfen und jetzt der nächste anstieg der nächste anstieg gehen wir da vielleicht mit attacken einfach mit hinter pogi kommen ja wohl hängen dich an von pogacá dran mein junge am ende kann er damit gehen schachmann wird abgestellt leider aber starker job ja als helfer an wilder attackiert weil wir bleiben weiter mal im hinterrad von pogi dran da waren es nur noch acht auch mal weg und lasov weg und wilder wird gestellt zwölf kilometer noch wir haben jetzt die ja die letzten meter dies berghoch geht attacke von wilder und trago setzt nach wird das ein sprint jetzt wäre es natürlich schön wenn wir noch eine zweite person hätten ob man kann nicht mit gehen und nimmt raus oder pokert der nur heiße wir müssen das loch jetzt zu fahren können wir aber nicht wir sind auf mithilfe angewiesen also pogacá und ebene pol sind hier anscheinend ja nicht mehr so frisch heiße aus falsche pferd gesetzt da kommen wir nicht mehr hin höchste die ganz großen namen sind hier geschlagen von wilder echt stark aber ich meine aus quick step sicht für ebene pol alles richtig gemacht die haben hier zwei karten schnelle abfahrt hier sehr gestückelt das ganze wir hängen uns mal an pogi dran ja das war es ich glaube ich will das durch aber pass und gudy versuchen da noch anzukommen trago pogacá ok kriegt auf einmal noch mal wieder luft woher auch immer wir bleiben da weiter dran bilder gewinnt das sehen an wilder gewinnt ließ vor karpas godi wo kommen wir wir schauen einmal ja wohl die zieleinfahrt von ilan van wilder und sichert sich platz 2 und dann können wir noch ein paar meterchen immerhin sprinten ebene pol wird vierter alter starke performance von sudai quick step alles richtig gemacht aus deren sicht wir haben riskiert mit adria adria war zu krass da hat schon echt nach sechs leuten dann irgendwann gerissen schachmann wird zehnter ja also stark von schachmann erster vierter zehnter und er war ja natürlich nicht der alleinige kapitän dennoch eine starke aden kampagne wenn man so will egita zwölfter van der poel nur dreizehnter also einer der geschlagenen hier zwei gewonnen und jetzt bei dem sechster sechster ist ein bisschen mau gerade dadurch weil lüttich natürlich das monument ist da hätte ich gerne am podium aber dennoch alles in allem bin ich zufrieden hat auf jeden fall eine menge spaß gemacht ich hoffe euch auch in dem sinne schaltet doch gerne wieder beim nächsten mal ein wenn es heißt mr luke zockt pro cycling manager 2023 bis dahin macht's gut